Mein Name ist Daniel Zeller. Ich bin Pastor F.G. Tieracher seit 20 Jahren. Ich bin geheiratet. Wir haben vier Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Durch die Rettner, die wir immer wieder haben, bekommen wir weltweiten Blick und Segelkabel auf. In Situationen mit Kirchengemeinden, die verfolgt werden. Weiterhin noch die Vorträge, die ihr mit euren Leuten, die die Gemeinden informieren und auch Predigungen haben, die aus den Ländern berichten. Das ist für uns immer sehr hilfreich, dass wir sehen, wie es in anderen Ländern gibt. Es sind nicht nur die Pastoren, die zu uns kommen von anderen Ländern, sondern auch mit euren eigenen Leuten, die uns aufklären, was eigentlich abgeht, was wichtig ist, wie wir unterstützen können. Zum Beispiel sind es auch die Weihnachtsbäckchenaktion mit verschiedenen Hilfswerken. Das ist etwas, das seit Jahren eine gewisse Tradition hat und die Leute auch sehr, sehr gerne geben.